Ja, hallo, in diesem Video möchte ich einfach nur eine Frage stellen, ja, wirklich in jedem Bundesland bekannt. Ich weiß, dass ich Zuschauer habe in Sachsen und Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Ich würde einfach nur gern wissen, habe ich auch Zuschauer in anderen Bundesländern, ja. Das Beste wäre, wenn ich jetzt, ja, 16 Antworten bekomme von jedem Bundesland, ne, dann könnte ich nämlich behaupten, ja, bundesweit bekannt sozusagen. Ich freue mich auf die Antworten. Ich weiß, eine Zuschauerin ist, glaube ich, auch in Hamburg. Also so ein paar Bundesländer kriegen wir zusammen. Also, in jedem Bundesland Zuschauer? Ja oder nein? Das ist hier die Frage.